Geht auch, er hat jetzt die Idee ges- Oh du scheiße, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Max! Schnell die Eröffnung durch, E4, C5, Sizilianische Verteidigung, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, hey, Rosso-Limo-Variante, das ist eine bekannte Theorie-Variante. Jetzt drohe ich hier Matt, oder Dammatt, es droht eine ganze Menge Matt zu drogen hier, der Bauer kann die Dame schlagen, hier H7 schlägt. Liebe Georgie, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, viel Glück und Freude, du bist wahrlich ein größer Grieche mit einem nach größerem Herz. Die Chessbras, das hat nichts mit Schach-BHs zu tun, das sind die Chessbras aus Kanada. Das hat Niense Hype-Trainer-Sonnen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich raff das mal nicht so ganz mit den Hype-Trains. Ja, ja, es ist, äh, die doch. Aber es ist nicht geil. Du musst einfach hinnehmen und sagen, Hype-Trainer ist eine super Sache. Mach mal. Ach, Schach. Ich habe den Turm eingestellt. Super, Herr Soleides. Erstmal die Basics machen. Es könnte sein, dass das das kürzeste Video ist in meiner Reihe über geniale Schachzüge, denn es wird nicht besonders lang gehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big League, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen.